... und reaffirmen die fundamentalen Wahrheit, dass aus vielen wir uns sind, dass wir, während wir wehren, wir hohen. Und wo wir mit Cynicism und Angst haben, und die, die uns sagen, dass wir nicht können, wir werden mit dem timelessen Kreid respondieren, der den Geist der Menschen. Ja, wir können. USA! 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 Die hören auf uns, die nehmen uns ernst. Und die Botschaft ist, es ist unser Bundesstaat. Und die können ihn haben, wenn die ihn aus unseren toten, starren Fingern entwinden. Die arbeiten für mich. Was ist alles schiefgelaufen für Obama und die Demokraten? Kaum an der Macht bremste sie eine Protestbewegung, die Tea Party, aus. Die sagte rigoros Nein zu hoher Staatsverschuldung, zum Klimaschutz, zur staatlichen Krankenversicherung und zu Obama selbst. Im Sommer 2011 führte diese Blockadepolitik beinahe zum Staatsbankrott. Obama ist ein Kommunist. Er sagt, dass er nicht an die Verfassung glaubt. Zwei Jahre nach Beginn von Obamas Präsidentschaft unterstützt die Tea Party Kandidaten, die den Republikanern im Repräsentantenhaus zum Sieg verhelfen sollten. 32 Prozent der Kandidaten, die letzte Nacht im ganzen Land gewählt wurden, gehören der Tea Party an. Es gibt eine Tea Party Bewegung und wir schicken denen eine Botschaft. Und sie betrachten es als eine Ablehnung des Präsidenten und seiner Politik. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich schlecht. Ich bin in die USA gereist, um das Tea Party Phänomen zu untersuchen und dem Verdacht nachzugehen, dass die Anhänger nur Schachfiguren in dem verdeckten Machtspiel einer Gruppe von Milliardären und global agierenden Unternehmen sind. Sie werden angeworben, um nach der Pfeife der amerikanischen Konzerne zu tanzen. Das ist nicht irgendeine gemeinsam gesponserte Sache. Diese Bürgerinitiativen sind Betrug. Die Medien stellen uns dar, als würden wir von irgendwelchen Milliardären oder Personen oder Gruppen finanziert. Das stimmt nicht. Wir sind Bürger, die einfach etwas bewirken wollen. Ich bin nach Kentucky gereist. Die Bewegung hat noch mehr als ein Jahr Zeit, bis sie als politische Kraft bei den Kongresswahlen 2010 antreten will. Diesen Schmelztiegel von Protestlern vereint eine Kombination aus Zorn und Patriotismus. Überall werben Familien und Bürgerwehrgruppen um neue Mitglieder. Anhänger der Verschwörungstheorie behaupten, Obama sei in Wirklichkeit Kenianer. Mr. Obama, wo ist die Geburtsurkunde? Historisch gekleidete Patrioten wollen den Geist der Revolutionäre der Boston Tea Party von 1773 wachrufen, von der die Bewegung ihren Namen hat. Es begann knapp einen Monat nach Obamas Amtsantritt. Die Protestwelle reflektierte den zunehmenden Zorn auf Amerikas Wirtschaftskrise und die massiven Rettungspakete, die von den Demokraten und den Republikanern verabschiedet wurden. Die Idee der Tea Party entstand durch diesen Wutausbruch des CNBC-Reporters Rick Santelli während einer Live-Sendung. Das ist Amerika. Wie viele von euch wollen noch die Hypothek eures Nachbarn zahlen? Wir planen im Juli eine Tea Party in Chicago. All ihr Kapitalisten, die ihr nach Lake Michigan kommen wollt, ich beginne mit der Organisation. Die überwiegende Mehrheit der Tea Party-Anhänger sind Amerikaner aus der Mittelschicht mit weniger oder keiner politischen Erfahrung. Ich bin nur eine Mutter und ich war es leid zu sehen, was in meinem Land passiert. Da beschloss ich etwas dagegen zu tun. Am Tag nach Rick Santellis Aufruf führten etwa 22 Personen miteinander eine Telefonkonferenz. Und wir vereinbarten von diesem Tag an einmal in der Woche eine Tea Party zu organisieren. Wir hatten 50 Tea Partys, an denen 30.000 Menschen anwesend waren. Es war offensichtlich, dass sich etwas zusammengebaut hatte. Und am 15. April hatten wir im ganzen Land mehr als 850 Tea Partys mit 1,2 Millionen Teilnehmern. Obwohl die Tea Partys als überparteilicher Bürgeraufstand gegen die Regierungsverschwendung begannen, entwickelten sie sich schnell zu einer Generalattacke gegen Präsident Obama und seine gesamte politische Agenda. Ich will nicht, dass meine Kinder als manipulierte Sklaven einer übersteigerten, überaufdringlichen, korrupten, sozialistischen Agenda aufwachsen. Es ist Zeit, sich für die richtigen Leute zu erheben, ihre Meinung zu vertreten und aktiv zu werden. Da viele Faktoren an dieser Veränderung beteiligt waren, interessierte ich mich besonders dafür, welche Rolle von einer Gruppe, den sogenannten Americans for Prosperity AFP, gespielt wurde. Die Gruppe versucht, Bürger anzuheuern, die ebenfalls für begrenzte staatliche Macht und für freie Märkte sind. Im Wesentlichen sind die Aktivisten für eine radikale Form des Kapitalismus, in der private Unternehmen, nicht die Regierung, die führende Kraft der Gesellschaft sind. Von besonderem Interesse sind ihre Hauptgeldgeber, die Brüder Charles und David Koch, die auf der Forbes-Liste der reichsten Amerikaner auf Platz 5 stehen, mit einem persönlichen Vermögen von mehr als 20 Milliarden Dollar. Um mehr zu erfahren, bin ich zur jährlichen Versammlung von Americans for Prosperity gefahren. Obwohl sie sich öffentlich von der T-Party distanzieren, ist die Verbindung von David Koch und seinem Bruder über die AFP zur T-Party offensichtlich. Es ist mir eine große Freude, jetzt zu meinem Lieblingspart der Gipfel-Konferenz zu kommen. Es folgen die Berichte der Vertreter der 25 Landesverbände der AFP über ihre Aktivitäten des vergangenen Jahres. Wir waren an der Organisation von gigantischen T-Partys im ganzen Land beteiligt. Wir haben die größte T-Party im ganzen Land auf die Beine gestellt. Die größte Tax-Day-T-Party der Nation am 15. April. Hey Leute, wir haben 29 T-Partys veranstaltet. Wir haben Dutzende T-Partys organisiert. Herr Vorsitzender, unsere Bemühungen an der Basis tragen Früchte. Sie sind aufgebracht und sie sind bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen. Und wenn die versuchen, unsere Steuern zu erhöhen oder auf unsere Freiheit herumzutrampeln, werden wir die entweder bekriegen oder wir machen ihnen das Leben zur Hölle. Die Mitglieder leugnen rundweg den Vorwurf, dass sie eine Art Lobby-Arbeit betreiben. Der Name täuscht eine Basisbewegung vor, die im Wesentlichen Unternehmerinteressen vertritt. Das ist Unfug. Ich bin hier mit 450 anderen Personen aus North Carolina und wir sind alles Individuen. Sie betrachten sich selber nicht als Handlanger von Koch, teilen jedoch seine Vision von Amerika. Vor fünf Jahren haben mein Bruder Charles und ich Geldmittel bereitgestellt, um Americans for Prosperity an den Start zu bringen. Und es ist jenseits meiner wildesten Träume, wie EFP in diese Organisation hineingewachsen ist. Hunderttausende von US-Bürgern aus allen sozialen Schichten erheben sich und kämpfen für die wirtschaftlichen Freiheiten, die unsere Nation zur wohlhabendsten Gesellschaft in der Geschichte gemacht hat. Um mehr über die medienscheuen Brüder und ihr Unternehmen Koch Industries herauszufinden, habe ich mich an einen Mann gewandt, der sich seit Jahren mit ihnen beschäftigt. Kurt Davies von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Koch Industries ist ein Unternehmen, das kaum einer kennt. Es ist das zweitgrößte private Unternehmen dieses Landes und wir wissen nicht, wie viel Geld es umsetzt. Das Kerngeschäft des Unternehmens sind Raffinerien und Ölpipelines. Erweitert wurde es durch Papier, Chemikalien und den Erwerb anderer Unternehmen. Es agiert weltweit. Firmensitz ist hier in den Vereinigten Staaten in Wichita, Kansas. Davies und Greenpeace bestätigen, dass Americans for Prosperity im Wesentlichen nur eine Interessenvertretung für Koch Industries ist. David Koch gründete diese Gruppen bewusst, um auf die Regierung Druck ausüben zu können, um die Steuern der Unternehmen zu senken, um die Auswirkung von Umweltgesetzen zu reduzieren. Dies überschnitt sich mit den Forderungen der Tea Party Bewegung. Opponieren gegen die Regierung und alles, was in der Regierung großgeschrieben wird. Gegen Steuern und gegen die Gesundheitspolitik. So nutzt er grundsätzlich die öffentliche Stimmung, um seine Firmenziele zu verfolgen. Diese berechnende Profitgier wurde besonders deutlich beim Widerstand gegen einen Gesetzentwurf zum Klimaschutz, der die Gewinne der Unternehmen der Ölindustrie, wie Koch Industries, erheblich geschmälert hätte. Im Jahr 2009, nachdem die Obama-Administration ihre Arbeit aufnahm, bekam die Klimaschutzpolitik einen gewaltigen Schub. Plötzlich gab es die Möglichkeit, neue Gesetze zu verabschieden. Und sie griffen Obama vom ersten Tag an. Ging sogar vor dem Start der Obama-Regierung gegen jedes geplante Klimagesetz vor. Seit Jahren organisieren sie diese Ballon-Touren und ziehen damit quer durch das Land. Mit Bus, T-Shirts, Geschenken und Events in kleinen Städten. Es ist eine unternehmensfinanzierte Propaganda-Tour. Als ich bei einer Ballon-Tour-Veranstaltung in Philadelphia eintraf, schimpfte ein AFP-Mitarbeiter gegen das Klimaschutzgesetz, gegen den Emissionshandel, bekannt als Cap and Trade. Diese Gesetzgebung, von der überall die Rede ist, wird den amerikanischen Wohlstand begrenzen und unsere Jobs vernichten. Dieses Land steuert in die falsche Richtung. Und diese Richtung bedeutet noch mehr Regierung, mehr staatliche Programme. Kontrolle über unser Gesundheitssystem, Kontrolle über unsere Unternehmen, Kontrolle über unser Leben. Angriff, Angriff, Angriff. Sie formulierten den Begriff begrenzen und handeln für ihre Zwecke um. Sie nannten es begrenzen und steuern. Und sie gingen zum Angriff über, erklärten, dass dieser Teil des Obama-Programms neue staatliche Regulierung bedeutet, die dann noch ausgeweitet wird. Das globale Erderwärmungsgesetz käme aus dem Sozialismus und die Öko-Jobs und die erneuerbare Energie wären eine Zumutung für die Freiheit des Menschen. Das ist die letzte Etappe unserer sogenannten Ballon-Tour, bei der wir den Betrug enthüllen wollen, was die Milliarden-Dollar-Steuer für die amerikanischen Energiekunden bedeutet. Die Verlogenheit bei den Öko-Jobs und den staatlich subventionierten alternativen Kraftstoffen. Wir von Americans for Prosperity klären die Amerikaner über die Bedrohung unserer Zukunft auf. Was ist die Motivation der Regierung, den Handel mit Emissionsrechten einzuführen? Im Grunde ist es ein marxistisches Regime. Obamas Regierung, die demokratische Partei, ist extrem an den linken Rand gerutscht. Wir haben die Kontrolle über unser Leben übernommen. Ein totaler Betrug. Die zerstören Arbeitsplätze und die Industrie in diesem Land. Eine örtliche Tea-Party-Gruppe war ebenfalls anwesend und leistete Unterstützung. Ich bin hier, um die Americans for Prosperity zu unterstützen. Ich gehöre einer Organisation namens Independence Hall Party an. Wir bereiten alles vor, wenn eine Veranstaltung stattfindet. Wir sind eine große, eine sehr große Vereinigung. Wir haben zwei Tea-Partys geschmissen. Aber was ich wirklich sagen möchte, ist, dass das keine gesponserte Sache ist. Wir sind battlearm. Ich habe eine kleine Wohnung, zwei Kinder und eine Frau. Ich kämpfe, aber ich beschwere mich nicht. Ich meine nur, wir werden nicht finanziert. Punkt. Unsere Organisation besteht aus der Gruppe und hat kein Low Budget. Sie hat gar kein Budget. Wir machen alles ehrenamtlich. Ich habe die Website erstellt. Wir haben uns angestrengt, um das alles auf die Beine zu stellen. Alles im Namen der Freiheit und Gerechtigkeit. Und der Idee unserer Gründungsväter aus diesem Land eine Republik zu machen. AFP ist weit mehr als nur ein Instrument für die Ölinteressen der Koch-Brüder, wie ihre führende Rolle im Kampf gegen, wie sie sagen, Obamas Angriff auf die Freiheit beweist, die Gesundheitsreform. Die Regierung plant, den Versicherungsschutz für unversicherte Amerikaner zu erweitern und das Monopol der privaten Krankenversicherungen aufzuheben. Hände weg von unserem Gesundheitswesen! Für altgediente politische Aktivisten und den AFP-Präsidenten Tim Phillips liegt der Erfolg der Bewegung in ihrer Fähigkeit, sich den amerikanischen Geist des Individualismus zunutze zu machen. Amerikaner haben eine lange Tradition und eine gesunde Skepsis gegenüber ihrer Regierung. Das Schlimmste, was du einem Amerikaner sagen kannst, ist, ich komme aus Washington und bin hier, um zu helfen. Sofort hält er inne und sagt, ich glaube dir kein Wort. Als Vereinigung, Americans for Prosperity, gehen wir an die Öffentlichkeit und erziehen die Amerikaner. Hey, die Gesundheitsreform bringt eine Gefahr mit sich. Der Emissionshandel bedroht eure Jobs. Und wir helfen euch, wenn ihr aktiv werden wollt. Das sind die Wege, aktiv zu werden. Kommt zu den Kundgebungen, mailt euren Abgeordneten, ruft sie an. Milt eure Informationen an eure Freunde und Familien. Die Amerikaner sind basisorientiert, die machen das. Es nehmen viele in unserem Land daran teil. Genau das machen wir bei Americans for Prosperity. An erster Stelle steht, wie die Cox die Tea-Party-Protestler manipulieren, damit sie den AFP unterstützen. Das ist ihnen viel wichtiger als persönlicher finanzieller Profit. Obwohl die Amerikaner eine gesunde Skepsis gegenüber der Regierung haben, frage ich mich, wie viele von ihnen Cox extreme Visionen einer freien Marktwirtschaft teilen. Sie und ich wissen, dass die Prinzipien der freien Marktwirtschaft für amerikanische Familien, amerikanische Jobs und unseren langfristigen Wohlstand Sinn machen. Und dass sie dann notwendig sind, wenn die Grundfesten der Nationen in Gefahr sind. Die Regierung hat sich zu einem Monster entwickelt. Sie lähmt die Wirtschaft und verschlingt die persönlichen Freiheiten. Dieses Poster stammt von einer Kampagne der Libertarian-Partei, in der David Koch für das Amt des Vizepräsidenten kandidierte. Das Grundsatzprogramm bietet einen Einblick, wie radikal seine Ansichten der freien Marktwirtschaft wirklich sind. Die Partei ist für die Abschaffung des Energieministeriums, des Umweltministeriums, des Gesundheitsministeriums und einer Vielzahl von weiteren öffentlichen Sicherheitsnetzwerken. Ganz zu schweigen von der Sozialversicherung, dem öffentlichen Schulsystem, der Sozialhilfe und sie ist natürlich für flächendeckende Steuerkürzungen. Aber nachdem sie mehr als zwei Millionen Dollar ihres Geldes für die Kampagne ausgegeben hatten und nur ein Prozent der Stimmen erhielten, änderten die Koch-Brüder sofort ihren Kurs. Sie entschieden, wenn die Bürger ihre Philosophie so nicht verstehen, müssen sie die ihnen eben einhämmern. Sie gründeten und investierten in ein Netz von freien Unternehmen. 1984 gründeten sie eine Bewegung mit dem Namen Citizens for a Sound Economy, Bürger für eine gesunde Wirtschaft, den Vorläufer von Americans for Prosperity. Aus den Tagen von Citizens for a Sound Economy sind eine Menge Dokumente aufgetaucht, die offenbarten, wie diese Bewegungen agierten, um sowohl ihre Sponsoren als auch ihre radikalen ideologischen Ziele zu tarnen. Gemäß des Steuergesetzes ist es diesen gemeinnützigen Organisationen erlaubt, ihre Geldgeber zu verschweigen. Das machen die meisten Organisationen, auch Greenpeace. Aber eine geheime Liste von 1998 enthüllt, wie viel Geld Citizens for a Sound Economy von seinen Geldgebern erhielt. Noch unangenehmer war die Enthüllung, dass Citizens for a Sound Economy die Gelder nahm, um Kampagnen im Auftrag dieser Spender durchzuführen. Dann war da noch ihre Arbeit für die Tabakkonzerne. Ende der 90er Jahre kamen Millionen von internen Dokumenten der Tabakindustrie ans Tageslicht. Die Dokumente offenbarten, wie von Unternehmen heimlich Millionen Dollar an Citizens for a Sound Economy gezahlt wurden, um gegen die Tabaksteuer und Vorschriften anzukämpfen. Was sie Einzelhandelsaufwand nannten, werteten sie gegenüber ihren Mitgliedern als Angriff auf die individuellen Freiheiten durch die Regierung ab. Die Idee war, während die Menschen dazu bewegt werden, im Auftrag der großen Tabakkonzerne zu kämpfen, würden sie beinahe alles tun, um ihre eigenen Freiheiten zu schützen. Von besonderer Bedeutung war die führende Rolle, die Citizens for a Sound Economy spielte, als sie den letzten Versuch, das Gesundheitssystem zu reformieren, kippte. Als die Clinton-Regierung vorschlug, durch eine neue Tabaksteuer ihren Plan zu finanzieren, unterstützte der Tabakkonzern Philip Morris die Gruppe finanziell bei einer erfolgreichen Gegenkampagne. Die Gruppe arbeitete ebenfalls Hand in Hand mit der Gesundheitsindustrie, um die Reformen mit einer Angstkampagne zu unterwandern. Sie behaupteten, Clintons Plan wäre es, nach sowjetischem Muster den Medikamentenhandel zu verstaatlichen. Und das würde manchen Patienten lebensnotwendige Behandlungen unmöglich machen. Ihre Anhänger störten die Versammlungen der Demokraten, so auch die von First Lady Hillary Clinton, als sie versuchte, über die Reform aufzuklären. Wissen Sie, es gibt ein altes Sprichwort, das ich schon immer mochte. Wer keine Argumente hat, schreit. Es wird viel geschrien in Amerika. Und das Geschrei versucht, den Wunsch der Mehrheit der Amerikaner nach einer Gesundheitsreform zu übertönen. Wir brauchen diese Reform, um sicherzustellen, dass jeder Amerikaner versichert ist. Wendell Potter. Er hat früher mit Citizens for a Sound Economy zusammengearbeitet und war Imageberater des Krankenkassengewerbes. Heute nun packt er über die betrügerischen Praktiken dieses Verbandes aus. Das Krankenkassengewerbe ist der Tabakindustrie sehr ehrlich. Das Ansehen in der Öffentlichkeit ist sehr gering und sie wissen selbst, dass sie über wenig Glaubwürdigkeit verfügen. Deshalb müssen sie Tarnorganisationen etablieren, damit sie ihre Botschaft vermitteln können. Sie machen das, damit eine dritte Partei die Geschichte erzählt, die sie erzählt haben möchten, und die Worte ausspricht, die sie ausgesprochen haben wollen. Laut Wendell Potter liegt der Vorteil, eine Tarnorganisation vorzuschieben darin, dass die Dinge verbreiten kann, die die Unternehmen selbst nicht sagen können. Sie sind wie Bodyguards und sie tun, was ihnen gesagt wird. Und es tut nichts zur Sache, welche Taktiken sie hierbei manchmal einsetzen. Wenn es sein muss, dass sie moralische Grenzen verbiegen oder verletzen, werden sie es tun. Formulierungen wie staatliche Übernahme des Gesundheitssystems wurden mehrfach verwendet, um den Menschen vor der Reform Angst zu machen. Und sie ist irreführend, denn keine Eingabe vor dem Kongress würde eine staatliche Übernahme bedeuten. Aber dennoch ist es eine Aussage, von der die Branche wusste, dass sie Wirkung zeigen würde. Ein Schlitterkurs hin zum Sozialismus hat in den USA immer noch die Assoziation, dass eine Ähnlichkeit mit dem Kommunismus besteht, was noch schlimmer ist. Und die Leute, die solche Aussagen in Umlauf bringen, tun es mit Absicht, denn sie wissen, sie werden eine bestimmte Emotion wecken. Mehr als 25 Jahre machte sich diese Kampagne das Misstrauen der Menschen gegenüber der Regierung zunutze. Und das Gefühl von Individualität lockte eine beträchtliche Anhängerschaft an. Innerhalb von Stunden nach Rick Santellys berühmten Tea-Party-Botschwall sagte ihm ein AFP-Mitglied im Fernsehen, dass er über eine halbe Million Namen gesammelt hätte, um die Bewegung ins Leben zu rufen. Rick, ich habe 500.000 Stimmen für unsere Petition gegen das Konjunkturpaket. Ich schicke denen eine Mail und lade sie alle zu deinem Event ein. Und das waren nicht die einzigen. 2004 zwang ein internes Zerwürfnis, Citizens for a Sound Economy sich in zwei Gruppen zu spalten. Die zweite Gruppe nannte sich FreedomWorks. Obwohl die nicht mehr finanziell mit den Cox verbunden waren, nutzte FreedomWorks ein ähnliches Modell von unternehmensfinanzierten Marktaktivitäten. Vom ersten Tag an arbeiteten sie auf der Basis, kleinen Gruppen bei der Organisation von Tea-Partys zu helfen. Und wenn eine Gruppe nach einigen Monaten an Schwung verlor, richtete FreedomWorks ihren Zorn direkt auf eine neu entstehende Bedrohung, verstaatlichter Medikamentenhandel. Während sich bei AFP einige reiche Amerikaner, die anonym bleiben wollen, breitmachten, um eine millionenschwere Kampagne für die Gruppe zu finanzieren. Einige Leute, bedeutende Amerikaner, kommen zu uns und sagen, sie seien besorgt wegen des Gesundheitswesens. Sie würden die Gefahr kommen sehen und sie wollen etwas dagegen tun. Der Vorstand trat zusammen und sagte, Americans for Prosperity wird sich daran beteiligen. Als AFP zwei Busse schickte, um Veranstaltungen im ganzen Land abzuhalten, war die Kampagne fast eine Kopie ihres Erfolges von 1994. Irgendwann in den nächsten 60 oder 90 Tagen treffen sich Senat und Repräsentantenhaus im Kapitol direkt hinter uns und sie werden abstimmen, ob das Gesundheitswesen zukünftig in den Händen der Regierung liegen wird oder nicht. Und wir wollen sicher sein, dass sie euch hören. Aus diesem Grund sind wir hier. Sie finanzierten eine zusätzliche Kampagne, die den älteren Bürgern einen Schrecken einjagen sollte. Behandlungen und potenziell lebensrettende Medikamente können vorenthalten werden und die Senioren könnten ihre Ärzte verlieren. Und als sich demokratische Politiker im August 2009 zu Bürgerversammlungen trafen, ahnten sie noch nicht, welche Hölle ausbrechen würde. Während der Kongress schließlich Ende 2009 einen sehr verwässerten Entwurf der Reform verabschiedete, hatten die Gegner bereits dazu beigetragen, sie besonders bei den Senioren so unbeliebt zu machen, dass das Gesundheitswesen ein wichtiger Faktor für die Niederlage der Demokraten im Jahr 2010 war. Bei den letzten Wahlen hatten sich die älteren Wähler noch gleichmäßig verteilt. Diesmal hat eine große Mehrheit die Republikaner gewählt. Und warum? Sechs von zehn sagt. Sie wollen die Reform des Gesundheitswesens aufheben. Aber um den Einfluss der Koch-Brüder bei der wachsenden Abneigung gegen die Obama-Regierung zu verstehen, muss man sie aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Die Kochs übten ihren Einfluss in mehrfacher Weise aus. Wir wissen, dass sie Bewegungen wie Americans for Prosperity finanzierten. Sie investierten ebenfalls Geld in die Parteiorganisationen. So gaben sie Millionen Dollar für politische Kandidaten, besondere Kandidaten aus. Geld floss nach Washington in die Lobbyarbeit. Und sie schickten eigene Lobbyisten, um ihre Ansichten zu vertreten. Während 1970 eher mit heimtückischen Aktivitäten begonnen wurde, wurden nun freie marktwirtschaftliche Denkfabriken ins Leben gerufen. Diese Institutionen wurden von Philanthropen des rechten Flügels wie den Kochs gegründet, um ein gemeinsames Programm und ein Antiregulierungsprogramm zu forcieren. Es gibt kein besseres Beispiel dafür, wie dieses kleine, aber höchst koordinierte Netzwerk von Verbänden gegen Verordnungen gekämpft hat. Wie ihm beinahe im Alleingang gelungen ist, eine Debatte über die globale Erderwärmung anzuzetteln. Eine Studie von 2008 untersuchte 141 Bücher, die sich skeptisch mit der Erderwärmung befassten. Dabei kam heraus, dass über 90 Prozent dieser Bücher von freien marktwirtschaftlichen Denkfabriken geschrieben und veröffentlicht wurden. Im Mittelpunkt dessen, was Gegner als Erderwärmungsleugnungsmaschine bezeichnen, stehen Politikexperten wie zum Beispiel Myron Abel vom Competitive Enterprise Institute, der hier im Gespräch mit Mitgliedern von AFP zu sehen ist. Ich möchte mit Ihnen über den Emissionshandel sprechen, begrenzen und steuern, wie ich es nenne. Ich denke, die meisten von Ihnen tun das auch. Aber zuerst will ich eine Minute über die globale Erderwärmung reden. Wir sind die letzten zehn Jahre. Sie werden feststellen, dass wir in den letzten zehn Jahren keinerlei Erwärmung hatten. Ich denke, das beweist, dass die Gesetzesvorlagen falsch sind. Sie stellen die globale Erderwärmung nur als Vorwand für weitere staatliche Interventionen linker Ideologen dar. Es ist nur eine andere Art der Regierung, unser Leben zu kontrollieren. Und ich bin absolut dagegen. Und sicherlich sind die Menschen nicht schlecht für den Planeten. Ich glaube, es ist eine Falschmeldung. Ich glaube, dass die Liberalen mehr Kontrolle wollen. Ich denke, Mutter Natur trägt die Schuld. Wir haben damit nichts zu tun. Der Emissionshandel ist nichts anderes als ein Machtspiel. Obwohl es großartig wäre, wenn das wahr wäre. Aber die Scientific Community sieht das ganz anders, wie ich in einem Gespräch mit Brenda Egwurzel von der Union besorgter Wissenschaftler erfahren habe. Eine überwältigende Mehrheit, absolut. Die meisten wissenschaftlichen Gesellschaften auf der ganzen Welt. Nationale Akademien der Wissenschaft, die Intergovernmental Panel on Climate Change. Alle führenden Experten der Welt, die sich zusammensetzen und wissenschaftliche Aussagen über den Klimawandel machen. Sie sind sich alle einig, dass der Klimawandel Tatsache ist, zweifellos. Und sie sind alle besorgt, dass so wenig gegen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen getan wird. Diese Jungs konnten die Maßnahmen gegen den Klimawandel zwei Jahrzehnte verzögern, während sie die ganze Zeit über Milliarden und Abermilliarden von Dollar mit schmutziger Energie machten. Laut PR-Mann und Autor James Hogan hat der Erfolg dieses Echos nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern mit Meinungsmache. Es war eine Medienkampagne. Sie wollten Zweifel in den Köpfen der Journalisten, Zweifel in den Köpfen der Öffentlichkeit sehen. Der Durchschnittsmensch ahnte nichts davon. Der sah nur einige Typen, die sich äußerten. Vielleicht sogar einige Wissenschaftler, die als Lockvögel der Industrie agieren. Personen wie Fred Singer. Er hat für die Tabakindustrie gearbeitet und arbeitet nun zum Thema Klimawandel. Und weil er ein Laborkittel trägt und einen Doktortitel hat, glauben ihm die Leute. Ich spürte Singer in Washington D.C. auf, wo er Senatsmitarbeiter über die wissenschaftlichen Gründe, warum sie den Emissionshandel nicht unterstützen sollen, unterrichtete. Das leutet darauf hin, dass es nach 1998 eine weitere Erwärmung gegeben haben soll. Das ist nicht korrekt. Es herrscht seit 1998 eine Abkühlung, wie dieses Diagramm zeigt. Die Aufgabe dieser Leugner der Erderwärmung besteht darin, die Quasi-Wahrheiten von Dr. Singer zu verbreiten. Die Wissenschaft ist noch nicht fertig. Die Debatte ist nicht vorbei, wie die Linken, die die Gesetzgebung unterstützen, euch weismachen wollen. Die globale Erderwärmung ist kompletter Schwindel. Tatsächlich hat es in den letzten zehn Jahren immer mehr abgekühlt. Einige deuten an, dass die Forschung manipuliert wurde. Und die, die man zu den Auswirkungen des Klimawandels befragt hat, wurden zum Schweigen gebracht. Myron E. Bell ist Direktor für Energie und Erderwärmung beim Competitive Enterprise Institute. Dann gibt es die Rolle der konservativen Medien. Verkörpert durch die von der Nation am meisten gesehene Nachrichtensendung Fox News. 24 Stunden am Tag werden dort wirtschafts- und republikanerfreundliche Argumente verbreitet. Nehmen Sie diese beiden E-Mails, die 2009 an Fox-Mitarbeiter geschickt wurden. Die erste wies alle Reporter an, zu sagen, dass die globale Erwärmung eine Theorie sei, die auf Daten basiert die Kritiker infrage gestellt hätten. Die andere instruierte sie, im Sinne der Versicherungswirtschaft zu verbreiten, dass die Regierung die Krankenversicherung übernimmt, um die vorgeschlagene Gesundheitsreform mies zu machen. Die Gesundheitsreform könnte einige Einsparungen mit sich bringen. Eine Regierung, die das Gesundheitswesen übernimmt, verändert die Versorgung von Ihnen und Ihrer Familie. Auch die Tea Party verdankt ihren Aufschwung Fox. Der Sender stachelt die loyalen Fans an, mitzumischen. Aber wenn es eine Person bei Fox gibt, die zum Liebling der Tea Party-Bewegung geworden ist, dann ist das Glenn Beck. Glenn Beck ist der, der mehr als jeder andere die Probleme im TV und im Radio beim Namen genannt hat. Und ich höre auf ihn. Er ist mein Held. Ich bin nicht zu alt, um noch Helden zu haben. Beck's paranoider Populismus und seine Rassenhetze erklären auch einige extreme Ansichten der Tea Party-Bewegung. Die Medien können es entweder nicht sehen oder sie sind mitschuldig oder sie sind wirklichkeitsfremd. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde es Ihnen demonstrieren. Die Wurzel des Baumes von Radikalismus und Revolution. Der Präsident hat sich, ich denke, er hat sich selbst wieder und wieder und wieder als ein Typ entlarvt, der einen tief sitzenden Hass auf weiße Menschen hat. Oder die weiße Kultur. Ich weiß nicht, was es ist. Dieser Kerl ist, glaube ich, ein Rassist. Ich sage nur, klag das Arschloch an. Steck ihn ins Gefängnis. Er ist ein Kommunist, ein Rassist. Er ist schlimmer als Hitler. Er sagt, er will die Welt von jedem, der weiß ist, befreien. Von jedem Weißen. Das bedeutet Philippinos, ihren, Italiener. Das bedeutet von jedem, der nicht schwarz ist. Obwohl dieses blöde Arschloch nicht mal zur Hälfte schwarz ist. Wir werden nicht in die Lager marschieren. Wir werden nicht in die Gaskammern gehen, wie die Juden es einst taten. Wir stehen auf und kämpfen, bevor es soweit kommt. Mit neun Millionen Zuschauern, die täglich seine TV- und Radiosendungen einschalten, macht sich Beck mit seinem Kommunismuswahn zu einem mächtigen Helfer, der sich Dingen wie dem Emissionsgesetz widersetzen kann. Heute möchte ich Ihnen Phil Körpen vorstellen. Er ist Direktor für Politik bei Americans for Prosperity. Mögen Sie Wassermelonen? Ich glaube, das ist ein Wassermelonenbeispiel. Ich denke, Sie haben vollkommen recht. Dieses Beispiel ist außengrün. Grün auf der Außenseite. Und innen ist es kommunistisch tiefrot. Dies wurde besonders deutlich, als Phil Körpen von AFP eine Story von Beck kommentierte, dass Obamas Berater für Öko-Jobs ein Kommunist wäre. Das ist der Anfang. Und es bringt die Sache auf den Punkt. Das ist die größte Story in der Geschichte. Sich selbst zu kommunistischen Aktivitäten zu bekennen. Da gibt es Kommunisten, Marxisten, Revolutionäre und drumherum den Präsidenten. Diese Typen im Weißen Haus sind Marxisten. Ich habe hier die potenziellen Methoden der kommunistischen Übernahmen in den Vereinigten Staaten durch Subversionen aufgelistet. Eine davon ist die Unterwanderung von hohen Regierungsbüros und politischen Parteien und dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein Kommunist ist. Vor uns wird das natürlich verheimlicht. Diese Stimme aus der Vergangenheit gehört Fred Koch. Autor, Ölmillionär, Mitglied der radikalen, antikommunistischen John-Burch-Gesellschaft und Vater von Charles und David Koch. Obwohl die Bedrohung durch den Kommunismus längst der Vergangenheit angehört, ist auffallend, wie sie noch immer gegenwärtig ist. Wie es bei den Kommentaren zur Klimapolitik und Gesundheitsreform dokumentiert ist. Besonders bei den Tea-Partys. Warum haben die Anti-Obama-Stimmungsmacher Zuflucht in der Sprache der Propagandatage des Kalten Krieges gesucht? Und warum waren sie so wirksam, dass sie unter den Besuchern der Tea-Partys diese Hysterie hervorrufen konnten? Ich war neugierig und besuchte Mark Crispin Miller. Er ist Professor und PR-Experte in New York. Es gibt spezielle Techniken, die PR-Experten benötigen. Und die sind so elementar, wissen Sie, dass sie für uns entweder nicht vertretbar erscheinen oder wir sie nie bemerkt haben. Aber was einer in jedem Fall tun muss, ist, er muss seine Botschaft in einer Art von moralischer Gerechtigkeit verpacken. Wir glauben an die Freiheit, wir glauben an den Frieden und wir glauben an die freie Marktwirtschaft. Das hören wir die ganze Zeit. Nun, im Grunde bedeutet das Gefälligkeitskapitalismus. Aber das beinhaltet, dass die meisten Amerikaner, wissen Sie, einen Anstieg von positiver Emotion fühlen, richtig? Dann gibt es eine schweigende Opposition zwischen freier Marktwirtschaft und Kommunismus. Und das ist die andere Technik, die eingesetzt werden muss. Außerdem muss man Feinde haben, Dämonen, die als Sündenböcke dienen, bei denen sie all die zornigen Gefühle ablassen können, die die Propaganda hinterlässt. Für sie erzeugt der Sozialismus eine seltsame Melange aus Buh-Männern. Obama ist einer, zum Beispiel als er sich mit dem rechten Flügel verbunden hat. Er hat sich ebenfalls mit Muslimen verbrüdert. Wissen Sie, es gibt den Mythos, dass er Muslim sei und so weiter. Und er ist außerdem schwarz. All diese Dinge spielen bei einer sprunghaften und irrationalen Minderheit der amerikanischen Bevölkerung eine Rolle. In gewisser Hinsicht ist das eine Art klassischer PR. Und es ist kein Zufall, dass dies den Interessen der Gesundheitsindustrie, dem großen pharmazeutischen Kartell, naja, und den petrochemischen Interessen dienen. Wir können so weitermachen. Das gefällt ihnen. Hauptsächlich aus diesem Grund erhalten sie diese Unterstützung. Und genau deshalb mögen die Menschen Leute wie Glenn Beck und Rush Limbaugh, die als Köpfe dieser Bewegung gelten. Nachdem ich nun etwas mehr wusste, wie Propaganda funktioniert, und um ihren Einsatz genauer zu beleuchten, besuchte ich die erste nationale Tea Party, zu der FreedomWorks in Washington DC eingeladen hatte. Es war genau wie bei den früheren Kampagnen gegen die Tabakverordnung. Die Gruppen haben nicht die freie Marktwirtschaft verkauft, sie haben die Freiheit selbst verkauft. Und die Tea Party-Amerikaner haben es geschluckt. Wir sind hier wegen der Freiheit. Freiheit! Freiheit! Freiheit funktioniert! Freiheit funktioniert! Wir treffen Amerikaner aus allen Gesellschaftsschichten, die ihre wirtschaftliche Freiheit verteidigen wollen. Noch wichtiger als die Kosten ist unsere Freiheit. Nach einer im Namen der Freiheit erfolgreich gelenkten Demonstration zum Aufstand gegen das gesamte Obama-Programm folgte eine zweite Phase, mit der die Cox 1980 gescheitert waren. Um eine freie Marktwirtschaft aufzubauen, riefen sie zur Revolte an der Wahlurne auf. Seid ihr bereit für die zweite amerikanische Revolution? Die zweite kapitalistische Revolution war im Gang. Das Tea Party-Establishment übernahm offiziell das Mantra der freien Marktwirtschaft. Es war ein atemberaubendes Comeback einer Ideologie, die seit der Hypothekenkrise ein Jahr zuvor in Schaben gelegen hatte. Das Symbol hierfür war der US-Notenbankpräsident und Verfechter der freien Marktwirtschaft Alan Greenspan. Aber zugeben, dass Deregulierung nicht funktioniert, gab es nicht. Sie hatten die Ideologie, dass der frei umkämpfte Markt mit Abstand die einzige Möglichkeit ist, Volkswirtschaftssysteme zu organisieren. Was fanden Sie in der Wirklichkeit? In dem Modell habe ich eine Schwachstelle herausgefunden. Es ist sozusagen die entscheidende Funktionsstruktur, die definiert, wie die Welt funktioniert. Mit anderen Worten, Sie haben erkannt, dass Ihr Blick auf die Welt, Ihre Ideologie, nicht richtig war. Sie funktioniert nicht. Die Tea Party unterstützte republikanische Kandidaten, die im ganzen Land auftauchten und sich für die Wahlen 2010 bewarben. Sie versprachen, die Energiesteuer zu stoppen, die Aufhebung des Gesundheitswesens und die Sitze der Regierung zu reduzieren, während sich die Cox für die Unterstützung von zwei Dutzend Tea Party Kandidaten einsetzten. Wie üblich blieb die Höhe ihrer wirklichen Spenden unbekannt. Im Juni veranstalteten sie in diesem Resort in Aspen, Colorado, eine geheime Strategiesitzung mit einem Netzwerk von sehr wohlhabenden Spendern und mächtigen Verbündeten. Darunter auch Glenn Beck. Laut dieses Briefes von Charles Koch verpflichteten sich die Teilnehmer der Veranstaltung zu einem beispiellosen Maß an Unterstützung. Bald darauf kündigte Americans for Prosperity an, erstaunliche 45 Millionen Dollar für die Wahl auszugeben. Sie schalteten Anzeigen, in denen sie Politiker wegen der Unterstützung der Obama-Agenda angriffen. Obama versuchte zurückzuschlagen. Er klagte den AFP in mehr als einem Dutzend Reden an, eine Tarnorganisation zu sein. In einem Präzedenzfall hat der oberste Gerichtshof, dem zwei Richter angehören, die an geheimen Treffen von Koch teilnahmen, entschieden, dass es Unternehmen gestattet sei, anonym so viel in eine Organisation wie AFP zu investieren, wie sie wollen. Die T-Party war bereit, zu kämpfen. Freiheitsliebende Personen zieht die T-Party-Bewegung an. Erst recht, wenn es zu neuen Steuern und Überregulierungen kommt. Wehrt euch gegen das Programm, das uns in die falsche Richtung führt. Es ist eine Nachricht der verfassungsmäßig eingeschränkten Regierung. Beendet die übermäßige staatliche Regulierung und die aus dem Ruder gelaufene Rolle, die Washington mittlerweile spielt. Jetzt ist ein neuer Tag. Republikaner übernahmen 2010 die Kontrolle über das Haus. Auf der Tagesordnung ihres Anti-Regierungsprogramms stand, die Ministerien für Bildung, Energie und Umwelt abzuschaffen. Wenn sie Politiker gewählt haben, die die Regierung verkleinern wollen, setzt das eine ziemlich harte Debatte in Gang. Für mich ist die neu gewonnene Begeisterung für Cox radikale freie Marktideologie die eigentliche Revolution der T-Party-Bewegung. Es hat nichts mit den Menschen in den alten Kostümen, den wehenden Fahnen oder Protestveranstaltungen, die abgehalten werden, zu tun. Sondern es ist eine Revolution, die mit verdeckten Unternehmensprogrammen zu tun hat. Mit nicht-objektiven Medien, gewürzt durch Propagandisten mit einem gut koordinierten Netzwerk von freien Marktgruppen. Und am meisten hat die Revolution mit Leuten zu tun, die den Traum haben, ein privatisiertes Amerika zu schaffen. Und der amerikanische Traum von der freien Marktwirtschaft ist gesund und munter. Und was bedeutet der amerikanische Traum für Sie? Der amerikanische Traum bedeutet für mich ein Wort, Freiheit. Den amerikanischen Traum zu verteidigen bedeutet, unsere Rechte und unsere Unabhängigkeit zu verteidigen, die dieses Land so groß gemacht haben. Für mich bedeutet der amerikanische Traum, in Frieden und Wohlstand zu leben. Und eine sozialistische Regierung ist keine Regierung der Freiheit. Was ist mit der Freiheit des Einzelnen, sich eine Meinung durch Vernunft und rationale Debatten zu bilden? Wie kann man der Freiheit der Basisbewegung vertrauen, dass sie nicht nur von mächtigen Interessensgruppen manipuliert wird, wie der Energieindustrie und den Krankenkassen, die um ihre Gewinne zu schützen den Status Quo aufrechterhalten wollen? Was sagt das alles über den Zustand unserer Demokratie aus? Ich denke, es ist eine Bedrohung für unsere Demokratie. Und ich glaube, die Leute sind sich dieser Bedrohung meist nicht bewusst. Sie sind sogar komplett desinformiert. Sie kennen die Frontgruppen meist nicht, ahnen nicht, in wie vielen Fällen ihre Meinung und ihre Handlungen manipuliert werden. Ich glaube, sie wissen nicht, dass in diesem Land der Reichtum herrscht. Er gewinnt an Einfluss, mehr als die Demokratie. Und das liegt an der Macht und dem Einfluss von Konzernen und der Art, wie sie PR-Taktiken sowie Propaganda einsetzen, um zu bekommen, was sie wollen. Wir ersticken in Propaganda, ersticken in ihr. Und ich meine es nicht nur im übertragenen Sinn. Ich denke, sie ist eine Bedrohung für unser Leben. Sie schneidet uns die Luft ab. Sie macht eine wirkliche Demokratie eigentlich so gut wie unmöglich. Sie hat den Planeten an den Punkt von ökologischer Zerstörung gebracht. Sie hat keine positiven Konsequenzen, weil sie den Menschen nicht dient. Sie dient anderen Interessen. Je mehr ich dieses Problem untersuche, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass die wirkliche Währung in der Demokratie ehrliche Information ist. Dass, wenn sie massenhaft falsche Informationen herauspumpen, das gesamte demokratische System zusammenbricht. Und doch haben diese Menschen das gute Recht, es zu tun und ihre Beteiligung daran zu verheimlichen. Und nun haben sie im ganzen Land sehr motivierte Menschen. Aktivisten, die bereit sind, für das, was sie als richtig empfinden, zu kämpfen. Aber tatsächlich ist es eine Weiterleitung einer Unternehmensagenda, die verhindern will, die Steuern anzuheben. Und sie werden 2010 nicht damit aufhören. Sie werden bis zu den Wahlen 2012 weitermachen. Die Tea-Partys marschieren weiter mit dem Ziel, Präsident Obama 2012 abzuwählen. An ihrer Spitze steht nicht nur Sarah Palin, sondern auch der Shootingstar Michelle Buckman. Die Tea-Party-Anhänger in den Reihen der Republikaner halten Obama an der kurzen Leine, halten ihn im Würgegriff. Meine einzige Botschaft an die Unterstützer der Tea-Party ist, seien sie vorsichtig mit dem, was sie sich wünschen. Sie könnten es bekommen. Die Energie- und Erderwärmung beim Competitive Enterprise Institute. Dann gibt es die Rolle der konservativen Medien. Verkörpert durch die von der Nation am meisten gesehene Nachrichtensendung Fox News. 24 Stunden am Tag werden dort wirtschafts- und republikanerfreundliche Argumente verbreitet. Nehmen Sie diese beiden E-Mails, die 2009 an Fox-Mitarbeiter geschickt wurden. Die erste wies alle Reporter an, zu sagen, dass die globale Erwärmung eine Theorie sei, die auf Daten basiert die Kritiker infrage gestellt hätten. Die andere instruierte sie, im Sinne der Versicherungswirtschaft zu verbreiten, dass die Regierung die Krankenversicherung übernimmt, um die vorgeschlagene Gesundheitsreform mies zu machen. Die Gesundheitsreform könnte einige Einsparungen mit sich bringen. Eine Regierung, die das Gesundheitswesen übernimmt, verändert die Versorgung von Ihnen und Ihrer Familie. Auch die Tea Party verdankt ihren Aufschwung Fox. Der Sender stachelt die loyalen Fans an, mitzumischen. Aber wenn es eine Person bei Fox gibt, die zum Liebling der Tea Party-Bewegung geworden ist, dann ist das Glenn Beck. Glenn Beck ist der, der mehr als jeder andere die Probleme im TV und im Radio beim Namen genannt hat. Und ich höre auf ihn. Er ist mein Held. Ich bin nicht zu alt, um noch Helden zu haben. Becks paranoider Populismus und seine Rassenhetze erklären auch einige extreme Ansichten der Tea Party-Bewegung. Die Medien können es entweder nicht sehen oder sie sind mit Schuld oder sie sind wirklichkeitsfremd. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde es Ihnen demonstrieren. Die Wurzel des Baumes von Radikalismus und Revolution. Der Präsident hat sich, ich denke, er hat sich selbst wieder und wieder und wieder als einen Typ entlarvt, der einen tief sitzenden Hass auf weiße Menschen hat. Oder die weiße Kultur. Ich weiß nicht, was es ist. Dieser Kerl ist, glaube ich, ein Rassist. Ich sage nur, klag das Arschloch an. Steck ihn ins Gefängnis. Er ist ein Kommunist, ein Rassist. Er ist schlimmer als Hitler. Er sagt, er will die Welt von jedem, der weiß ist, befreien. Von jedem Weißen. Das bedeutet Philippinos, ihren, Italiener. Das bedeutet von jedem, der nicht schwarz ist. Obwohl dieses blöde Arschloch nicht mal zur Hälfte schwarz ist. Wir werden nicht in die Lager marschieren. Wir werden nicht in die Gaskammern gehen, wie die Juden es einst taten. Wir stehen auf und kämpfen, bevor er soweit kommt. Mit neun Millionen Zuschauern, die täglich seine TV- und Radiosendungen einschalten, macht sich Beck mit seinem Kommunismuswahn zu einem mächtigen Helfer, der sich Dingen wie dem Emissionsgesetz widersetzen kann. Heute möchte ich Ihnen Phil Körpen vorstellen. Er ist Direktor für Politik bei Americans for Prosperity. Mögen Sie Wassermelonen? Ich glaube, das ist ein Wassermelonenbeispiel. Ich denke, Sie haben vollkommen recht. Dieses Beispiel ist außen grün. Grün auf der Außenseite. Und innen ist es kommunistisch tief rot. Dies wurde besonders deutlich, als Phil Körpen von AFP eine Story von Beck kommentierte, dass Obamas Berater für Öko-Jobs ein Kommunist wäre. Das ist der Anfang. Und es bringt die Sache auf den Punkt. Das ist die größte Story in der Geschichte. Sich selbst zu kommunistischen Aktivitäten zu bekennen. Da gibt es Kommunisten, Marxisten, Revolutionäre und drumherum den Präsidenten. Diese Typen im Weißen Haus sind Marxisten. Ich habe hier die potenziellen Methoden der kommunistischen Übernahmen in den Vereinigten Staaten durch Subversionen aufgelistet. ... zu einem beispiellosen Maß an Unterstützung. Bald darauf kündigte Americans for Prosperity an, erstaunliche 45 Millionen Dollar für die Wahl auszugeben. Sie schalteten Anzeigen, in denen sie Politiker wegen der Unterstützung der Obama-Agenda angriffen. Obama versuchte zurückzuschlagen. Er klagte den AFP in mehr als einem Dutzend Reden an, eine Tarnorganisation zu sein. Aber wenn du jetzt in einem Kriegsgebiet bist, dann bist du mit negativen Anzeigen every single day bombardiert. Und niemand weiß, wer für diese Anzeigen betrifft. Sie haben diese Namen wie Americans for Prosperity. In einem Präzedenzfall hat der oberste Gerichtshof, dem zwei Richter angehören, die an geheimen Treffen von Koch teilnahmen, entschieden, dass es Unternehmen gestattet sei, anonym so viel in eine Organisation wie AFP zu investieren, wie sie wollen. Die T-Party war bereit, zu kämpfen. Freiheitsliebende Personen zieht die T-Party-Bewegung an. Erst recht, wenn es zu neuen Steuern und Überregulierungen kommt. Wehrt euch gegen das Programm, das uns in die falsche Richtung führt. Es ist eine Nachricht der verfassungsmäßig eingeschränkten Regierung. Beendet die übermäßige staatliche Regulierung und die aus dem Ruder gelaufene Rolle, die Washington mittlerweile spielt. Jetzt ist ein neuer Tag. Republikaner übernahmen 2010 die Kontrolle über das Haus. Auf der Tagesordnung ihres Anti-Regierungsprogramms stand, die Ministerien für Bildung, Energie und Umwelt abzuschaffen. Wenn sie Politiker gewählt haben, die die Regierung verkleinern wollen, setzt das eine ziemlich harte Debatte in Gang. Für mich ist die neu gewonnene Begeisterung für Cox radikale freie Marktideologie die eigentliche Revolution der T-Party-Bewegung. Es hat nichts mit den Menschen in den alten Kostümen, den wehenden Fahnen oder Protestveranstaltungen, die abgehalten werden, zu tun. Sondern es ist eine Revolution, die mit verdeckten Unternehmensprogrammen zu tun hat. Mit nicht-objektiven Medien, gewürzt durch Propagandisten mit einem gut koordinierten Netzwerk von freien Marktgruppen. Und am meisten hat die Revolution mit Leuten zu tun, die den Traum haben, ein privatisiertes Amerika zu schaffen. Und der amerikanische Traum von der freien Marktwirtschaft ist gesund und munter. Und was bedeutet der amerikanische Traum für Sie? Der amerikanische Traum bedeutet für mich ein Wort, Freiheit. Den amerikanischen Traum zu verteidigen bedeutet, unsere Rechte und unsere Unabhängigkeit zu verteidigen, die dieses Land so groß gemacht haben. Für mich bedeutet der amerikanische Traum, in Frieden und Wohlstand zu leben. Und eine sozialistische Regierung ist keine Regierung der Freiheit. Was ist mit der Freiheit des Einzelnen, sich eine Meinung durch Vernunft und rationale Debatten zu bilden? Wie kann man der Freiheit der Basisbewegung vertrauen, dass sie nicht nur Mama und die Demokraten? Kaum an der Macht bremste sie eine Protestbewegung, die Tea Party. Aus. Die sagte rigoros Nein zu hoher Staatsverschuldung, zum Klimaschutz, zur staatlichen Krankenversicherung und zu Obama selbst. Im Sommer 2011 führte diese Blockadepolitik beinahe zum Staatsbankrott. Obama ist ein Kommunist. Er sagt, dass er nicht an die Verfassung glaubt. Zwei Jahre nach Beginn von Obamas Präsidentschaft unterstützt die Tea Party Kandidaten, die den Republikanern im Repräsentantenhaus zum Sieg verhelfen sollten. 32 Prozent der Kandidaten, die letzte Nacht im ganzen Land gewählt wurden, gehören der Tea Party an. Es gibt eine Tea Party Bewegung und wir schicken denen eine Botschaft. Und sie betrachten es als eine Ablehnung des Präsidenten und seiner Politik. Wie fühlt es sich an? Ich bin in die USA gereist, um das Tea Party Phänomen zu untersuchen und dem Verdacht nachzugehen, dass die Anhänger nur Schachfiguren in dem verdeckten Machtspiel einer Gruppe von Milliardären und global agierenden Unternehmen sind. Sie werden angeworben, um nach der Pfeife der amerikanischen Konzerne zu tanzen. Das ist nicht irgendeine gemeinsam gesponserte Sache. Diese Bürgerinitiativen sind Betrug. Die Medien stellen uns dar, als würden wir von irgendwelchen Milliardären oder Personen oder Gruppen finanziert. Das stimmt nicht. Wir sind Bürger, die einfach etwas bewirken wollen. Ich bin nach Kentucky gereist, dem Herz des Tea Party Landes. Die Bewegung hat noch mehr als ein Jahr Zeit, bis sie als politische Kraft bei den Kongresswahlen 2010 antreten will. Diesen Schmelztiegel von Protestlern vereint eine Kombination aus Zorn und Patriotismus. Überall werben Familien und Bürgerwehrgruppen um neue Mitglieder. Anhänger der Verschwörungstheorie behaupten, Obama sei in Wirklichkeit Kenianer. Mr. Obama, wo ist die Geburtsurkunde? Historisch gekleidete Patrioten wollen den Geist der Revolutionäre der Boston Tea Party von 1773 wachrufen, von der die Bewegung ihren Namen hat. Es begann knapp einen Monat nach Obamas Amtsantritt. Die Protestwelle reflektierte den zunehmenden Zorn auf Amerikas Wirtschaftskrise und die massiven Rettungspakete, die von den Demokraten und den Republikanern verabschiedet wurden. Die Idee der Tea Party entstand durch diesen Wutausbruch des CNBC-Reporters Rick Santelli während einer Live-Sendung. Das ist Amerika. Wie viele von euch wollen noch die Hypothek eures Nachbarn zahlen? Wir planen im Juli eine Tea Party in Chicago. All ihr Kapitalisten, die ihr nach Lake Michigan kommen wollt, ich beginne mit der Organisation. Die überwiegende Mehrheit der Tea Party-Anhänger sind Amerikaner aus der Mittelschicht mit weniger oder keiner politischen Erfahrung. Ich bin nur eine Mutter und ich war es leid zu sehen, was in meinem Land passiert. Da beschloss ich etwas dagegen zu tun. Am Tag nach Rick Santellis Aufruf führten etwa 22 Personen miteinander eine Telefon... ...um Kampagnen im Auftrag dieser Spender durchzuführen. Dann war da noch ihre Arbeit für die Tabakkonzerne. Ende der 90er Jahre kamen Millionen von internen Dokumenten der Tabakindustrie ans Tageslicht. Die Dokumente offenbarten, wie von Unternehmen heimlich Millionen Dollar an Citizens for a Sound Economy gezahlt wurden, um gegen die Tabaksteuer und Vorschriften anzukämpfen. Was sie Einzelhandelsaufwand nannten, werteten sie gegenüber ihren Mitgliedern als Angriff auf die individuellen Freiheiten durch die Regierung ab. Die Idee war, während die Menschen dazu bewegt werden, im Auftrag der großen Tabakkonzerne zu kämpfen, würden sie beinahe alles tun, um ihre eigenen Freiheiten zu schützen. Von besonderer Bedeutung war die führende Rolle, die Citizens for a Sound Economy spielte, als sie den letzten Versuch, das Gesundheitssystem zu reformieren, kippte. Als die Clinton-Regierung vorschlug, durch eine neue Tabaksteuer ihren Plan zu finanzieren, unterstützte der Tabakkonzern Philip Morris die Gruppe finanziell bei einer erfolgreichen Gegenkampagne. Die Gruppe arbeitete ebenfalls Hand in Hand mit der Gesundheitsindustrie, um die Reformen mit einer Angstkampagne zu unterwandern. Sie behaupteten, Clintons Plan wäre es, nach sowjetischem Muster den Medikamentenhandel zu verstaatlichen. Und das würde manchen Patienten lebensnotwendige Behandlungen unmöglich machen. Ihre Anhänger störten die Versammlungen der Demokraten, so auch die von First Lady Hillary Clinton, als sie versuchte, über die Reform aufzuklären. Wissen Sie, es gibt ein altes Sprichwort, das ich schon immer mochte. Wer keine Argumente hat, schreit. Es wird viel geschrien in Amerika. Und das Geschrei versucht, den Wunsch der Mehrheit der Amerikaner nach einer Gesundheitsreform zu übertönen. Wir brauchen diese Reform, um sicherzustellen, dass jeder Amerikaner versichert ist. Wendell Potter. Er hat früher mit Citizens for a Sound Economy zusammengearbeitet und war Imageberater des Krankenkassengewerbes. Heute nun packt er über die betrügerischen Praktiken dieses Verbandes aus. Das Krankenkassengewerbe ist der Tabakindustrie sehr ehrlich. Das Ansehen in der Öffentlichkeit ist sehr gering und sie wissen selbst, dass sie über wenig Glaubwürdigkeit verfügen. Deshalb müssen sie Tarnorganisationen etablieren, damit sie ihre Botschaft vermitteln können. Sie machen das, damit eine dritte Partei die Geschichte erzählt, die sie erzählt haben möchten, und die Worte ausspricht, die sie ausgesprochen haben wollen. Laut Wendell Potter liegt der Vorteil, eine Tarnorganisation vorzuschieben darin, dass die Dinge verbreiten kann, die die Unternehmen selbst nicht sagen können. Sie sind wie Bodyguards und sie tun, was ihnen gesagt wird. Und es tut nichts zur Sache, welche Taktiken sie hierbei manchmal einsetzen. Wenn es sein muss, dass sie moralische Grenzen verbiegen oder verletzen, werden sie es tun. Formulierungen wie staatliche Übernahme des Gesundheitssystems wurden mehrfach verwendet, um den Menschen vor der Reform Angst zu machen. Und sie ist irreführend, denn keine Eingabe vor den Kongress würde eine staatliche Übernahme bedeuten, aber dennoch ist es eine Aussage, von der die Branche wusste, dass sie Wirkung zeigen würde. Ein Schlitterkurs hin zum Sozialismus hat in den USA immer noch die Assoziation, dass eine Ähnlichkeit mit dem Kommunismus besteht, was noch schlimmer ist. Und die Leute, die solche Aussagen in Umlauf bringen, tun es mit Absicht. Um mehr zu erfahren, bin ich zur jährlichen Versammlung von Americans for Prosperity gefahren. Obwohl sie sich öffentlich von der Tea Party distanzieren, ist die Verbindung von David Koch und seinem Bruder über die AFP zur Tea Party offensichtlich. Es ist mir eine große Freude, jetzt zu meinem Lieblingspartner-Gitwell-Konferenz zu kommen. Es folgen die Berichte der Vertreter der 25 Landesverbände der AFP über ihre Aktivitäten des vergangenen Jahres. Wir waren an der Organisation von gigantischen Tea Partys im ganzen Land beteiligt. Wir haben die größte Tea Party im ganzen Land auf die Beine gestellt. Die größte Tax-Day Tea Party der Nation am 15. April. Hey Leute, wir haben 29 Tea Partys veranstaltet. Wir haben dutzende Tea Partys organisiert. Herr Vorsitzender, unsere Bemühungen an der Basis tragen Früchte. Sie sind aufgebracht und sie sind bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen. Und wenn die versuchen, unsere Steuern zu erhöhen oder auf unsere Freiheit herumzutrampeln, werden wir die entweder bekriegen oder wir machen ihnen das Leben zur Hölle. Die Mitglieder leugnen rundweg den Vorwurf, dass sie eine Art Lobby-Arbeit betreiben. Der Name täuscht eine Basisbewegung vor, die im Wesentlichen Unternehmerinteressen vertritt. Das ist Unfug. Ich bin hier mit 450 anderen Personen aus North Carolina und wir sind alles Individuen. Sie betrachten sich selber nicht als Handlanger von Koch, teilen jedoch seine Vision von Amerika. Vor fünf Jahren haben mein Bruder Charles und ich Geldmittel bereitgestellt, um Americans for Prosperity an den Start zu bringen. Und es ist jenseits meiner wildesten Träume, wie AFP in diese Organisation hineingewachsen ist. Hunderttausende von US-Bürgern aus allen sozialen Schichten erheben sich und kämpfen für die wirtschaftlichen Freiheiten, die unsere Nation zur wohlhabendsten Gesellschaft in der Geschichte gemacht hat. Um mehr über die medienscheuen Brüder und ihr Unternehmen Koch Industries herauszufinden, habe ich mich an einen Mann gewandt, der sich seit Jahren mit ihnen beschäftigt. Kurt Davies von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Koch Industries ist ein Unternehmen, das kaum einer kennt. Es ist das zweitgrößte private Unternehmen dieses Landes und wir wissen nicht, wie viel Geld es umsetzt. Das Kerngeschäft des Unternehmens sind Raffinerien und Ölpipelines. Erweitert wurde es durch Papier, Chemikalien und den Erwerb anderer Unternehmen. Es agiert weltweit. Firmensitz ist hier in den Vereinigten Staaten in Wichita, Kansas. Davies und Greenpeace bestätigen, dass Americans for Prosperity im Wesentlichen nur eine Interessenvertretung für Koch Industries ist. David Koch gründete diese Gruppen bewusst, um auf die Regierung Druck ausüben zu können, um die Steuern der Unternehmen zu senken, um die Auswirkungen von Umweltgesetzen zu reduzieren. Dies überschnitt sich mit den Forderungen der Tea-Party-Bewegung, Opponieren gegen die Regierung Nollar. Um mehr zu erfahren, bin ich zur jährlichen Versammlung von Americans for Prosperity gefahren. Obwohl sie sich öffentlich von der Tea-Party distanzieren, ist die Verbindung von David Koch und seinem Bruder über die AFP zur Tea-Party offensichtlich. Es ist mir eine große Freude, jetzt zu meinem Lieblingspart der Gipfel-Konferenz zu kommen. Es folgen die Berichte der Vertreter der 25 Landesverbände, der AFP, über ihre Aktivitäten des vergangenen Jahres. Wir waren an der Organisation von gigantischen Tea-Partys im ganzen Land beteiligt. Wir haben die größte Tea-Party im ganzen Land auf die Beine gestellt. Die größte Tax-Day-Tea-Party der Nation am 15. April. Hey Leute, wir haben 29 Tea-Partys veranstaltet. Wir haben dutzende Tea-Partys organisiert. Herr Vorsitzender, unsere Bemühungen an der Basis tragen Früchte. Sie sind aufgebracht und sie sind bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen. Und wenn die versuchen, unsere Steuern zu erhöhen oder auf unserer Freiheit herumzutrampeln, werden wir die entweder bekriegen oder wir machen ihnen das Leben zur Hölle. Die Mitglieder leugnen rundweg den Vorwurf, dass sie eine Art Lobby-Arbeit betreiben. Der Name täuscht eine Basisbewegung vor, die im Wesentlichen Unternehmerinteressen vertritt. Das ist Unfug. Ich bin hier mit 450 anderen Personen aus North Carolina und wir sind alles Individuen. Sie betrachten sich selber nicht als Handlanger von Koch, teilen jedoch seine Vision von Amerika. Vor fünf Jahren haben mein Bruder Charles und ich Geldmittel bereitgestellt, um Americans for Prosperity an den Start zu bringen. Und es ist jenseits meiner wildesten Träume, wie AFP in diese Organisation hineingewachsen ist. Hunderttausende von US-Bürgern aus allen sozialen Schichten erheben sich und kämpfen für die wirtschaftlichen Freiheiten, die unsere Nation zur wohlhabendsten Gesellschaft in der Geschichte gemacht hat. Um mehr über die medienscheuen Brüder und ihr Unternehmen Koch Industries herauszufinden, habe ich mich an einen Mann gewandt, der sich seit Jahren mit ihnen beschäftigt. Kurt Davies von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Koch Industries ist ein Unternehmen, das kaum einer kennt. Es ist das zweitgrößte private Unternehmen dieses Landes und wir wissen nicht, wie viel Geld es umsetzt. Das Kerngeschäft des Unternehmens sind Raffinerien und Ölpipelines. Erweitert wurde es durch Papier, Chemikalien und den Erwerb anderer Unternehmen. Es agiert weltweit. Firmensitz ist hier in den Vereinigten Staaten in Wichita, Kansas. Davies und Greenpeace bestätigen, dass Americans for Prosperity im Wesentlichen nur eine Interessenvertretung für Koch Industries ist. David Koch gründete diese Gruppen bewusst, um auf die Regierung Druck ausüben zu können, um die Steuern der Unternehmen zu senken, um die Auswirkungen von Umweltgesetzen zu reduzieren. Dies überschnitt sich mit den Forderungen der Tea Party Bewegung. Es gibt spezielle Techniken, die PR-Experten benötigen. Und die sind so elementar, wissen Sie, dass sie für uns entweder nicht vertretbar erscheinen oder wir sie nie bemerkt haben. Aber was einer in jedem Fall tun muss, ist, er muss seine Botschaft in einer Art von moralischer Gerechtigkeit verpacken. Wir glauben an die Freiheit, wir glauben an den Frieden und wir glauben an die freie Marktwirtschaft. Das hören wir die ganze Zeit. Nun, im Grunde bedeutet das Gefälligkeitskapitalismus. Aber das beinhaltet, dass die meisten Amerikaner, wissen Sie, einen Anstieg von positiver Emotion fühlen, richtig? Dann gibt es eine schweigende Opposition zwischen freier Marktwirtschaft und Kommunismus. Und das ist die andere Technik, die eingesetzt werden muss. Außerdem muss man Feinde haben, Dämonen, die als Sündenböcke dienen, bei denen Sie all die zornigen Gefühle ablassen können, die die Propaganda hinterlässt. Für sie erzeugt der Sozialismus eine seltsame Melange aus Buh-Männern. Obama ist einer, zum Beispiel als er sich mit dem rechten Flügel verbunden hat. Er hat sich ebenfalls mit Muslimen verbrüdert. Wissen Sie, es gibt den Mythos, dass er Muslim sei und so weiter. Und er ist außerdem schwarz. All diese Dinge spielen bei einer sprunghaften und irrationalen Minderheit der amerikanischen Bevölkerung eine Rolle. In gewisser Hinsicht ist das eine Art klassischer PR. Und es ist kein Zufall, dass dies den Interessen der Gesundheitsindustrie, dem großen pharmazeutischen Kartell, naja, und den petrochemischen Interessen dient. Wir können so weitermachen. Das gefällt ihnen. Hauptsächlich aus diesem Grund erhalten sie diese Unterstützung. Und genau deshalb mögen die Menschen Leute wie Glenn Beck und Rush Limbaugh, die als Köpfe dieser Bewegung gelten. Nachdem ich nun etwas mehr wusste, wie Propaganda funktioniert, und um ihren Einsatz genauer zu beleuchten, besuchte ich die erste nationale Tea Party, zu der Freedom Works in Washington D.C. eingeladen hatte. Es war genau wie bei den früheren Kampagnen gegen die Tabakverordnung. Die Gruppen haben nicht die freie Marktwirtschaft verkauft, sie haben die Freiheit selbst verkauft. Und die Tea Party Amerikaner haben es geschluckt. Wir sind hier wegen der Freiheit. Freiheit! Freiheit! Freiheit funktioniert! Freiheit funktioniert! Wir treffen Amerikaner aus allen Gesellschaftsschichten, die ihre wirtschaftliche Freiheit verteidigen wollen. Noch wichtiger als die Kosten ist unsere Freiheit. Nach einer im Namen der Freiheit erfolgreich gelenkten Demonstration zum Aufstand gegen das gesamte Obama-Programm folgte eine zweite Phase, mit der die Coxs 1980 gescheitert waren. Um eine freie Marktwirtschaft aufzubauen, riefen sie zur Revolte an der Wahlurne auf. Seid ihr bereit für die zweite amerikanische Revolution? Die Aufgabe dieser Leugner der Erderwärmung besteht darin, die Quasi-Wahrheiten von Dr. Singer zu verbreiten. Die Wissenschaft ist noch nicht fertig. Die Debatte ist nicht vorbei, wie die Linken, die die Gesetzgebung unterstützen, euch weißmatten wollen. Die globale Erderwärmung ist kompletter Schwindel. Tatsächlich hat es in den letzten zehn Jahren immer mehr abgekühlt. Einige deuten an, dass die Forschung manipuliert wurde. Und die, die man zu den Auswirkungen des Klimawandels befragt hat, wurden zum Schweigen gebracht. Myron E. Bell ist Direktor für Energie und Erderwärmung beim Competitive Enterprise Institute. Dann gibt es die Rolle der konservativen Medien. Verkörpert durch die von der Nation am meisten gesehene Nachrichtensendung Fox News. 24 Stunden am Tag werden dort wirtschafts- und republikanerfreundliche Argumente verbreitet. Nehmen Sie diese beiden E-Mails, die 2009 an Fox-Mitarbeiter geschickt wurden. Die erste wies alle Reporter an, zu sagen, dass die globale Erwärmung eine Theorie sei, die auf datenbasiert die Kritiker infrage gestellt hätten. Die andere instruierte sie, im Sinne der Versicherungswirtschaft zu verbreiten, dass die Regierung die Krankenversicherung übernimmt, um die vorgeschlagene Gesundheitsreform mies zu machen. Die Gesundheitsreform könnte einige Einsparungen mit sich bringen. Eine Regierung, die das Gesundheitswesen übernimmt, verändert die Versorgung von ihnen und ihrer Familie. Auch die Tea Party verdankt ihren Aufschwung Fox. Der Sender stachelt die loyalen Fans an, mitzumischen. Aber wenn es eine Person bei Fox gibt, die zum Liebling der Tea Party-Bewegung geworden ist, dann ist das Glenn Beck. Glenn Beck ist der, der mehr als jeder andere die Probleme im TV und im Radio beim Namen genannt hat. Und ich höre auf ihn. Er ist mein Held. Ich bin nicht zu alt, um noch Helden zu haben. Beck's paranoider Populismus und seine Rassenhetze erklären auch einige extreme Ansichten der Tea Party-Bewegung. Die Medien können es entweder nicht sehen, oder sie sind mitschuld, oder sie sind wirklichkeitsfremd. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde es Ihnen demonstrieren. Die Wurzel des Baumes von Radikalismus und Revolution. Der Präsident hat sich, ich denke, er hat sich selbst wieder und wieder und wieder als ein Typ entlarvt, der einen tief sitzenden Hass auf weiße Menschen hat. Oder die weiße Kultur. Ich weiß nicht, was es ist. Dieser Kerl ist, glaube ich, ein Rassist. Ich sage nur, klag das Arschloch an. Steck ihn ins Gefängnis. Er ist ein Kommunist, ein Rassist. Er ist schlimmer als Hitler. Er sagt, er will die Welt von jedem, der weiß ist, befreien. Von jedem Weißen. Das bedeutet Philippinos, ihren, Italiener. Das bedeutet von jedem, der nicht schwarz ist. Obwohl dieses blöde Arschloch nicht mal zur Hälfte schwarz ist. Wir werden nicht in die Lager marschieren. Wir werden nicht in die Gaskammern gehen, wie die Juden es einst taten. Wir stehen auf und kämpfen, bevor er so weit kommt. Mit neun Millionen Zuschauern, die täglich seine TV- und Radiosendungen einschalten, macht sich Beck mit seinem Kommunismuswahn zu einem mächtigen Helfer, der sich Dingen wie dem Emissionsgesetz widersetzen kann. Heute möchte ich Ihnen Phil Körpen vorstellen. Er ist Direktor für Politik bei Americans for Prosperity. Mögen Sie Wassermelonen? Ich glaube, das ist ein Wassermelonenbeispiel. Ich denke, Sie haben vollkommen recht. Dieses Beispiel ist außen grün. Grün auf der Außenseite. Und innen ist es kommunistisch tief rot. Dies wurde besonders deutlich, als Phil Körpen... ...wirkt viel geschrien in Amerika. Und das Geschrei versucht, den Wunsch der Mehrheit der Amerikaner, nach einer Gesundheitsreform zu übertönen. Wir brauchen diese Reform, um sicherzustellen, dass jeder Amerikaner versichert ist. Wendell Potter. Er hat früher mit Citizens for a Sound Economy zusammengearbeitet und war Imageberater des Krankenkassengewerbes. Heute nun packt er über die betrügerischen Praktiken dieses Verbandes aus. Das Krankenkassengewerbe ist der Tabakindustrie sehr ähnlich. Das Ansehen in der Öffentlichkeit ist sehr gering und sie wissen selbst, dass sie über wenig Glaubwürdigkeit verfügen. Deshalb müssen sie Tarnorganisationen etablieren, damit sie ihre Botschaft vermitteln können. Sie machen das, damit eine dritte Partei die Geschichte erzählt, die sie erzählt haben möchten, und die Worte ausspricht, die sie ausgesprochen haben wollen. Laut Wendell Potter liegt der Vorteil, eine Tarnorganisation vorzuschieben darin, dass die Dinge verbreiten kann, die die Unternehmen selbst nicht sagen können. Sie sind wie Bodyguards und sie tun, was ihnen gesagt wird. Und es tut nichts zur Sache, welche Taktiken sie hierbei manchmal einsetzen. Wenn es sein muss, dass sie moralische Grenzen verbiegen oder verletzen, werden sie es tun. Formulierungen wie staatliche Übernahme des Gesundheitssystems wurden mehrfach verwendet, um den Menschen vor der Reform Angst zu machen. Und sie ist irreführend, denn keine Eingabe vor dem Kongress würde eine staatliche Übernahme bedeuten, aber dennoch ist es eine Aussage, von der die Branche wusste, dass sie Wirkung zeigen würde. Ein Schlitterkurs hin zum Sozialismus hat in den USA immer noch die Assoziation, dass eine Ähnlichkeit mit dem Kommunismus besteht, was noch schlimmer ist. Und die Leute, die solche Aussagen in Umlauf bringen, tun es mit Absicht, denn sie wissen, sie werden eine bestimmte Emotion weggenommen. Mehr als 25 Jahre machte sich diese Kampagne das Misstrauen der Menschen gegenüber der Regierung zunutze. Und das Gefühl von Individualität lockte eine beträchtliche Anhängerschaft an. Innerhalb von Stunden nach Rick Santellys berühmten Tea-Party-Botschwall sagte ihm ein AFP-Mitglied im Fernsehen, dass er über eine halbe Million Namen gesammelt hätte, um die Bewegung ins Leben zu rufen. Rick, ich habe 500.000 Stimmen für unsere Petition gegen das Konjunkturpaket. Ich schicke denen eine Mail und lade sie alle zu deinem Event ein. Und das waren nicht die einzigen. 2004 zwang ein internes Zerwürfnis, Citizens for a Sound Economy sich in zwei Gruppen zu spalten. Die zweite Gruppe nannte sich FreedomWorks. Obwohl die nicht mehr finanziell mit den Cox verbunden waren, nutzte FreedomWorks ein ähnliches Modell von unternehmensfinanzierten Marktaktivitäten. Vom ersten Tag an arbeiteten sie auf der Basis, kleinen Gruppen bei der Organisation von Tea-Partys zu helfen. Und wenn eine Gruppe nach einigen Monaten an Schwung verlor, richtete FreedomWorks ihren Zorn direkt auf eine neu entstehende Bedrohung, verstaatlichter Medikamentenhandel. Während sich bei AFP einige reiche Amerikaner, die anonym bleiben wollen, breitmachten, um eine millionenschwere Kampagne für die Gruppe zu finanzieren. Einige Leute, bedeutende Amerikaner, kommen zu uns und sagen, sie seien besorgt wegen des Gesundheitswesens. Sie würden die Gefahr kommen sehen und sie wollen etwas dagegen tun. Der Vorstand trat zusammen und sagte, Americans for Prosperity wird sich daran beteiligen. Als AFP zwei Busse schickte, um Veranstaltungen im ganzen Land abzuhalten, war die Kampagne fast eine Kopie ihres Erfolges von 1994. Irgendwann in den letzten Jahren